Ich bin der Maxi Kranz aus Graubadern der Mur, bin zwölf Jahre alt, spiele seit fünf Jahren auf der Steirischen Harmonika und lerne beim Gottfried Huppmann in St. Peter. In die Schule gehe ich in Leom ins neue Gymnasium und mein Stück heißt der 46 Knopferlwalzer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020